Wir dürfen heute hier im Swissbike Park sein vom Tömmel. Zusammen mit der Stiftung Cerebral haben wir das organisieren. Wir dürfen hier sein, vor allem mit unseren Kunden dürfen wir einen gemeinsamen Zeit haben, einen gemeinsamen Tag verbringen und nebenbei noch Geräte testen. Wir haben von unserer Seite ganz viele verschiedene Geräte mitgenommen, sei es ein Velo, ein Therapievelo, mit motorischer Unterstützung, sei es vom Elektrorollstuhl oder vom Handrollstuhl. Wir haben versucht, unser ganzes Sortiment fast hierher zu nehmen, damit unsere Kunden auch wirklich die Möglichkeit haben, über die Trails zu fahren. Nicht gerade über die Schanzen, aber über die Mountainpike Trails lassen wir sie fahren, damit sie die Geräte mal testen können und wirklich schauen, was sie können und was sie leisten.